Also muss ein Unternehmen den Aktionären einen hohen Share oder Value versprechen, gleichzeitig für die Mitarbeiter eine Great Place to Work Auszeichnung gewinnen, den Kunden Qualitätsversprechungen geben, obwohl sich diese Versprechungen in gewisser Weise widersprechen. Und das heißt auf gut Deutsch, das Unternehmen muss heucheln. Eine der Erkenntnisse aus dem Buch Der ganz formale Wahnsinn von Stefan Kühl. Mehr Erkenntnisse finden Sie in dem vollständigen Video. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Vielen Dank.